Oh shit, das habe ich natürlich gekackt. Willkommen zur zweiten Session von Assassin's Creed. Oh, wer war das? Assassin's Creed Super 3, zusammen heute mit einem Gast, dem Admin von Sovide. Hey, Hobi. Hey, und danke für die Pistole. Es ist echt schwer, sich zu konzentrieren. Oh, scheiße, ich wurde vergiftet. Oh, das war das dumm von ihr. Die hat mich vergiftet und hat mich danach gekillt, weil ich auf der Zuge gegangen bin. Immer wieder klassisch meinen Verfolger reingelaufen. Ach, du bist Justin Bieber? Ja, ich bin Justin Bieber. Das ist doch sehr gut zu wissen. Warum habe ich denn jetzt schon wieder zwei Verfolger? Oha! Oh, der Night Stalker im Champions-Kostüm hätte ich umgebracht. Jupp. Du weißt, um was es geht? Du weißt die Punktetabelle? Nee, weißt du nicht? Nee. Die habe ich dir, glaube ich, nur zum letzten Mal so grob erklärt. Aber jetzt habe ich auch... Oh, nee, Bieber. Wolltest du mich gerade umbringen? Nee, ich wollte eigentlich treten. Ja. Deswegen ist 50 Punkte. Woohoo! Nee, es gibt eine kleine Tabelle. Erster Platz zehn Punkte, zweiter Platz acht, dritter sechs, vierter vier und danach dann einen Punkt absteigen. Wenn du natürlich achter wirst, bekommst du gar keinen Punkt, weil es so schlecht war. Ah. Und deshalb das Ganze über drei Spieler und je nachdem, wer nach den drei Games der beste ist, der hat dann gewonnen. Okay. Scheiße, ich habe kein versteckt bekommen. Das war jetzt ziemlich kacke. Und ich bin im Moment defenseless und ich glaube, da hinten der starke Mann will nicht. Ah, schade. Ich dachte, einen Baron bekomme ich so. Das ist sowieso eine relativ gute Runde, weil der Nightstalker da, oder der Nachtschrat heißt er ja richtig. Ja. In deutsch. Ähm, der ist ja auch festlich 15. Stimmt. Von dem habe ich gerade ein bisschen Angst. Oh, cool. Och nee, scheiße. Ich hatte dich als Ziel, ich wollte dich noch schnell holen. Oh. Ein Glück manchmal. Haha. Fand ich nicht so cool. Haha. Oh, jetzt ist er aber raus, Nightstalker. Der hört sich doch eigentlich so viel cooler an. Nightstalker. Nightstalker. Das stimmt. Who wants to kill me? Biber. Da ist sie. Ah, sie hat ganz vergessen, dass der gar nicht mehr endet. Och nee. Och, Menno, ich wollte dich. Ja, ich weiß. Ich wollte dich gerade betäuben, aber ich hab nicht gesehen, dass sogar noch die Unabhängige hinter mir hier ist. Zu Recht. Scheiß. Scheißes Poker und das. Oh, oh. Na? Guten Tag. Boah, ich hab's einfach nicht geblickt. Ich hab nen Hack, weil ich so schlecht war. Und den hab ich jetzt einfach vergeudelt. Haha. Ich werd grad nur gekillt. Oh, zwei Verfolger. Na, wenn du nicht mein Verfolger bist. Ach, verdammt. Was macht denn der? Der hat nen Fallchen umgebracht. Wie doof. Dafür, dafür hab ich die Smokebomb vergeudelt. Umstrittener Kind. Das war ziemlich schlecht. Aber die, die, die Runde ist sowieso relativ leer. Ähm. So, wird das relativ easy, glaub ich, für uns beide. Vergiftet, Menno. Oh. Ja. Deshalb brennst du so doof rum. Ja. Scheiße, hat's gescheckt. So, dann wechseln wir mal aufs Giftpack. Jetzt wirst du auch von mir vergiftet. Happy. Yay. Äh. Äh. Ein neuer Spieler ist in der Spielsitzung weit getreten. Hey, Justin Bieber. Ah. Ich hab dich als Ziel eben bekommen. Dafür gar nicht nix. Äh. Ja, ja, ich glaub ich weiß, wer mich will. Ja, na du. Oh, ne, wie doof. Wie doof. Wie doof. Wie doof. Scheiße. Ah, das hab ich so schön die, die Smokebomb gedodged. Ah, ich brauch nur einen für sehr variabel. Oh, was? Ich hab vier Verfolger? Seid doch doof. Was rennst denn du jetzt weg? Hab ich so. In mir. Oh, warum stirbst du? Haha. Ich hab mein Ziel gesügt und ich find fand es nicht. Oh, ich darf mich rächen. Wenn ich bis dahin kommen, heißt es. Nicht an mir. Es gab eine Zeit lang, da hab ich dann irgendwann nicht mehr den Knife-Stun hin... Oh, scheiße. Den Knife-Stun hinbekommen, aber irgendwann ging's dann doch wieder. Ah. Verdammt. Das war dann echt so ein gewisses Down-Erlebnis. Und dann hat man's doch wieder gekonnt. Das glaub ich. Hm. Ja, mittlerweile... Ich glaub ich wurde schon lange nicht mehr, wenn ich einen geneifet hab, trotzdem gekillt. Ist halt nicht... Wow. Spawn tot. Das war natürlich, äh, sehr schwach. Aber es ist sehr gut, dass du auf jeden Fall in der Runde dabei bist. Nein. Dadurch... Kann ich auf jeden Fall dann schon mal am Beispiel oder am Objekt demonstrieren. Bieber, stop it. Oh, scheiße. Hä? Ach, du hast mich vergisst. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hä? Nein! Oh, oh, leck. Das, das war eben... Wow. Was hast du grad mit mir gemacht? Ich hab mit dir... ich hab dich geneift. Dann, ähm, wurde ich vom, äh, vom Kojoten-Mann wurde ich, äh, geneift. Okay. Der ist dann so auf mich zugerannt und war so in Hektik, dass ich ihn betäubt hab. Äh, open. Ohne irgendwas. Ich hab nichts gemacht. Oh, shit. Rein! Ja, das war jetzt... Jedes Mal! Ja, das, das war irgendwie ganz komisch. Den hab ich offen betäubt, ohne irgendwas. Was? Äh, dann hat, glaub ich, die, 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 die... Äh, die Nutte... ...hat dann auf mich ein Giftpfeil geworfen. Dann hab ich die noch betäubt. Und da ich dann so ein Giftwischen hatte... ...dann, äh, bin ich noch schnell zu meinem Ziel und hab den gekillt. Äh, welche ist es? Die dann offensichtlich nicht. Komm, wurden der Garten jetzt mal... ...identifiziert. Der lief? Aber er hat keinen Marker bekommen. Ach, da ist er. Oh. Ja, da bin ich wohl tot. Tobi, was mit dir los? Mach du. Na, dritter Platz werden aber immerhin sechs Punkte. Damit wär der Sieg noch nicht davon. Oh. 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 Oh, danke. Oh, einer ist hier noch. Der hier. Ah, ja. Einhaft. Oh, ich weiß jetzt immer, dass ich die Rauchbombe hab zum... ...zum... ...zum betäuben. Ah. Ja, das hab ich auf dem Livestream gesehen. Das hast du nicht so oft hingekriegt. Ne. Oh, der hat... Ne, der hat ihn da. Da ist der Unabhängige. Huh. Da wird das Life ist ziemlich gut. Das sind manche Runden, die die andere nur so... ...einer aus 100 aufnehmen und hochladen. Na, ist der starke Mann noch drin? Ne. Nein! Wir würden... Zweiter! Erster. Zweiter? Ja. Sehr gut. Boah. Siehst du, dadurch macht's, äh... ...durch dieses Tabellen... User join your channel. Oh, wer ist denn jetzt drin? Das war der Cosmo. Wir sehen grad auf Cosmo. Yay! 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 Zweite Runde von Assassin's Creed Super 3! Das wollte ich jetzt einfach mal so sagen. Schön gesagt, gell? Scheiße. Ah, verdammt. Oh! Nice! Nein! Ich wollte eigentlich First Blood, aber das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich weiß nicht, ob du's warst oder andere, aber der andere war ein Zivilist. Du hast auf jeden Fall einen anderen umgebracht. Das fand ich interessant. Ja, wie sagst du, wann sie will? Weil der stand auch so dicht an mir dran. Hä, wo ist denn mein Ziel? Wo ist mein Ziel? Ja, das ist grad so irgendwie die Frage. Bin ich dein Ziel? Nein! Haben wir so einen im Spiel? Nein! Nee, haben wir nicht. Haben wir... Oder haben wir... Nee, wir haben keine Nutze im Spiel, oder? Ich weiß grad nicht die ganzen Charakter, die im Spiel sind. Ich hab meine schon mal jetzt. Ach, das muss ich nur ankommen. Das ist einer. Oh, der... Er hat mich aber... Hey! Den kenn ich! Der... 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 Der war im Season 1 dabei. Oder Session 1. Okay. Zufällig, aber er war dabei. Jetzt ist er auch in der zweiten Session dabei. Weil dessen Namen hab ich mal aufgeschrieben gehabt. Äh... Weil ich eigentlich gedacht hab, hm... Vielleicht kann ich's mit den Leuten machen, die zumindest... Alle zusammen in der... Der... Session waren. Ja. Ah, das war jetzt doch. Ach, das war dämlich. Boah. Ich hab's aber noch hingekriegt. Für 550 Punkte. Was zur Hölle macht das Justin Bieber? Tut den auch gerade? Ja, der rennt hinten... Ja, der ist dir entgegengerannt. Super! Ah... Hi, Bitch! dass ist ein Cojoter drin? Es ist ein Cojoter drin. sehr schön dass alle smoke dabei haben damit ich nicht drauf zu können darf direkt schön zu wissen und die runde wird schwer eigentlich zu gewinnen die sind alle gut und da im grund nur zwei Punkte hinter mir bist du darfst du nicht vor mir sein Prozent ich wurde gereift und er hat sie so werde ich ihn heißt von meinem das ist mit so mega schlau der Night Stalker so ich habe keine Messer doch jetzt habe ich mehr und die mussten so jetzt habe ich mich verraten und ich weiß nicht wo er ist da ist er hey ne ich rette dich nett und dann kühlst du mich Beach das Miese wieder weil er holt es so stark aus und dann kommt die Betäubung noch ich wusste gar nicht dass er im Spiel ist ja oh der ist sogar das ist er Filiamur oder wie heißt es keine Ahnung okay Aua oh das war ein schöner Kill danke was wieso der Nachtstrat wo ist er denn ich habe ihn lautlos wieso habe ich jetzt schon einen lautlos ich weiß noch nicht mal wo der ist ich habe ihn die neue hoffen er ist sicher nicht mehr jetzt ich da ist der wort zum glück lief der gerade wo ist das in bieber da ist das in bieber und da ist dann nein der mensch scheiße zwei verfolger auf einem fleck ja jetzt ist die quali viel viel besser echt nein jetzt wirst du auch immer so ein bisschen leiser gemacht wenn ich rede okay gott toby ich bin nicht so häufig eigentlich gar nicht ja wenn es sie gibt brauche ich sie nicht man ist halt immer auftrag von auch oh shit guck mal genau was reißen kann ist ja wieder dritter du mit deinem schottenrock hau ab gar nicht ne überhaupt nicht oder wenn du zufällig was fuck off hast du verdient fuck oh shit ich habe aber zu tiefe Stimme wer hat da eine Tretmine gelehnt da fuck die liebe ich ja die lag einfach random irgendwo was alter der wichser soll aufhören zu laggen der wird geneigt und ist ja mal weitergerannt wie wenn es den einfach nicht interessiert da fuck ein neuer Spieler ist der Schlüssel zum Weigertreten oh M-Stun ich wurde selber gestunnt ich habe jemanden gestunnt ja deshalb rennt es rum wie so ein Schotter ja ich muss mein Ziel erwischen bam war nur vierter verdammt oh bist du mein Verfolger nope ah verdammt ich würde gerne hinter mich gucken ob ich genau ob jetzt einer nein oh Justin Bieber oh man warum macht der mir so viel Angst weiß nicht ey der verfolgt mich aber nur der Penner das ist aber nur da um mir Angst zu machen und das erfolgreich ja das ist das bittere hä wo ist denn der Night Stalker den kill ich gerade gewildert ja oh der Stoß ach du scheiße der hat 5800 Punkte ich werde nimmer erster oh ich werde nicht mehr dritter gerade ah knapp stopp ach nö zu viele Verfolger zu viele Verfolger du hast gerade eine Kopfnuss bekommen ich weiß aber ich habe ihn vergiftet das ist gut einfach inkognito 350 sehr variabel 400 gift 200 wuhu 1000 Punkte wenn wir schauen wir jetzt etwas ah shit oh verdammt wow du bist von Punkten knapp an mir ich weiß ey wenn du jetzt vor mir platziert bist dann haben wir gleich viele Punkte oder ich weiß nicht zwei Punkte Differenz ich glaube nicht ah ich glaube das schaffe ich nicht ja ich weiß nicht ich bin gerade gar nicht so gut ich habe noch die Raubbombe gemacht ja das habe ich vorhin auch gemacht und du hast mir das Claymore in den Rücken gestochen hm wo ist der Nachtstart das hätte mich gesehen oh rennt er ah natürlich rennt er wieder oben rum jetzt hätte ich gerne eine Pistole manchmal gibt es sehr hallo den Fahrer ist er dann ob da hinten muss nur einen kleinen tausend Punkte kill machen für mich bei ja da bist du wohl verweckt oh oh Double Knife Double Smoke wow das war cool na dritter geworden weiter okay der war aber echt gut ja so jetzt fange ich aber echt an mit First Blood niemals dritte und finale Runde bam es fängt an wo ist der Huntsman das für eine Map das ist Virginia ach scheiße wir spielen gesucht ach mensch ist ja eigentlich nicht das was ich wollte ja nix ich oh gleich mal Massaker na na da hab ich nur hingerichtet okay gut das ich wollte zwar eigentlich drei im einen Modus aber so gehts auch so geht das natürlich auch fast hätte ich den Fall schon gekillt das ist Smoke mehr hab wo hab ich den verbraucht wann hab ich Smokebomb verbraucht das ist ich will zum Anfang hm keine Ahnung das gibt's auch nicht ein neuer Fehler ist der Spielsitzung beigetreten okay das das ich bin nicht gut in diesem Modus ich bin auf den kleinen Maps viel besser guck mal meine Punkte an ja also dann können wir weiter reden ah ja das war schon mal gut hm jetzt versuchen wir mal ob wir doch jemanden auf den Leim gehen oh oh mein Gott ich krieg grad nichts hin oh yeah angelockt und noch ne Betäubung schön und da kommt die nächste Biace die jetzt auch erstmal rausfinden muss welcher von den Doktor Schulzes ich bin aber sie ist tot so das dumme ist halt in den größeren Maps man muss halt immer rennen ja ah shit hehehehe was kommt denn da gerannt da neeeeeee jetzt läuft der Milch weg so come out, come out, wherever you are auftrat Verloren dammit na ha wir sind mal ein paar Punkte gemacht was ich bin mit 1901 aber also der 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 im Pax Clan kann das dem Modus auch nicht so gut wie Deathmatch schon Oh. Das! Ach, du bist die? Was? Das ging doch grad gar nicht. Wow, eben dachte ich so, what the fuck is happening? Und sagt, gut, ich hab mich von oben geholt. Wollt meinem Tarno nicht verraten. Ja. Oh, Fünfter. Ja. Um jetzt den Sinn von diesem Video auch noch ein bisschen zu erklären. So relativ am Ende. Okay, ich weiß. Die Infos hält vielleicht ein bisschen früher kommen. Ich persönlich hab ein bisschen so, so, die Vision. Nennen wir es Vision. Äh, in Assassin's Creed, also generell die Community ein bisschen zu fördern. Und dementsprechend auch vielleicht so kleine Wettbewerbe und Turniere zu integrieren. Und dementsprechend versuche ich jetzt hier so ein Three-Pack zu machen. Mit Leuten, die ich mag. Hallo Tobi. Hallo. Ach, du bist es. Kann da auch machen? Doch! Oh, das musst du dir im Video angucken. Die wurde grad fertig. Die ist grad... Wärst du direkt auf mich zugerannt, hättest du mich gekriegt. Ich dachte, du hast sie und dann... Wollte ich warten diesmal. Oh, das ist so mies. Also grad als du gezögert hast, ist dein Cooldown fertig geworden. Ah, das gibt's noch nicht. Oh, das war jetzt pure Luck. Dafür sterbe ich jetzt. Ähm... Aber die Punkte sind ziemlich dicht drauf. Also wenn ich mal jetzt einen guten Kill mache, könnte ich mal ein paar... paar Plätze gut machen. Wupp. 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 Oh, oh. Nein, nein, nein. Shadebreaker. Du bist übers Dach? Ja. Muss ja. Ha, hier kannst du nicht so schnell übers Dach. Dammit! Oh doch, oh doch! Oh doch! Ich dachte eigentlich, du kennst mich noch. Dass du mich noch anvisiert hattest. Äh... War schon weg. Ha, ha! Äh... Der da ist es. Ah, scheiße! Ich dachte, ich kriege ihn in der Luft. Das wäre nämlich nur ein extra Bonus gewesen. Oh! Oh! Oh shit! Das war natürlich doof. Oh! Oh! Oh shit! Oh! Oh shit! Oh! Oh, der andere ist rausgegangen! Oh, mein Ziel! Wär super! Wär super! Wenn er der Karte... Fühlt! Ja, äh... Wer ist es? Der... Der Koyotenmann? Nee! Der mit dem Spitzhut, sag ich mal! Der ist grad... Oh! Ah! Hä? Da ist er! Oh, der ist mir sogar für mich betäubt! Ja! Wart los! Er hätte noch ein Gift machen sollen! Hm... Spät gemerkt! Ha, ich brauch noch einen Bonus dann! Hä? Scheiße! Nein! Oh, das war schön! Das war schön! Das war schön! Das war ein schöner 1400 Punkte Kill! Woo! Extremvariable? Ja! Ah! Das war ein schöner Kill und ich... Oh, du bist ja doch Zweiter! Ja, gerade eben! Das war ganz eng! Du brauchst noch 3000 Punkte mehr für mich! Ah! Ah! Klassenerhalt wär schon mal super! Ja! Aber das wird grad nix, weil ich sterbe! Oh, ich bin tot! Holy crap! Dadurch, dass ich die Erster bin, hab ich zu viel Verfolger! Sehr gut! Hab ich weniger! Aber die Lobby ist voll gerade! Ich glaub, da hat grad sein... Ist er falsch geworfen! Ja, ich... Da... Eigentlich, da wollte ich betäuben! Da dachte ich so, hm... Scheiße! Oder beziehungsweise... Gut! Weil ich dich ja killen musste, dann hätt ich dich können noch geerdet holen, aber nö! Ah! Ah! Das hab ich jetzt nicht gesehen! Wow! Wer ist denn da drin? Hä? Dieser Quiotenmann ist Prestige 22? Das ist so schlecht! Es sind zwei da und auf Platz 3! Alles nö! Ja, durch! Ich hab grad keinen Verfolger! Das ist ziemlich geil! Ah, verdient! Woher kommt denn der jetzt? Warum krieg ich jetzt immer den gleichen als sie? Ich möchte einen anderen haben! Jemand der schlecht ist! Willst du mich die ganze Zeit? Ja, das auch nicht! Ja! Ja, ich glaub ich hab gewonnen! Ah, ich bin dritter! Wenn ich... Wenn nichts dazwischen kommt, bleib ich dritter! Sonst sind wir jetzt wohl vierter! Mit zwei Leuten? Hallo! Vierter! Nein! Mit zwei Leuten ist die Tabelle echt übersichtlich! Und da ich zweimal gewonnen hab, ist das relativ klar! Uh! Ah! Ich hab das geschafft! Superawesome! So! Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Tobi! Und alle Leuten, die natürlich auch zugeguckt haben, bei der zweiten Session von Christmas 1 Super 3! Ähm... Und ich hoffe ihr schaltet dann nächste Woche Sonntag wieder ein! so bei mir würde... dann machen wir dir doch auch! Nachdem abholt! Ich muss mir jetzt mal auf der ثانia und loswerden. Ich schätze mal auf der Tasche. Schattel! Ich bin aber noch mal auf dem Weg! Ich bin der Tag! Deine Tag! Und mich immer wiederer. Das ist so! Ich bin bei mir! Weil ich denke es, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020